So, langsam geht es los. Denn langsam steigen wir ein. Kurz nochmal testen, wann die 4 kommt. Die 1, 2, 3, 4. Okay, der 2 sind hier und improvisieren. Ich hoffe, dass du die Menschen hier auch improvisieren. Wir kooperieren und kombinieren. Wort und Weetbox und lass es ja zum probieren. Denn da kann man mal kommen und zwar an den besten Strand. Brüder und Schwestern, ich hoffe zum besten Fang. Wenn ihr den Abend, den wir heute geliefert haben, dann weißt du ganz genau, das sind unsere Aufgaben. Ja, wie gesagt, hier stehen vor euren zwei Menschen. Und bei diesem Strandbar gibt es draußen nur Kännchen. Nein, Quatsch, gibt es natürlich nicht. Hier kann man Bier trinken und zwar bis die Gischt hier erspritzt. Von der Nordsee, von dem schwönen Meer. Von dem schwönen Meer, was ich sehe, ich will davon noch mehr. Deswegen komme ich hierher nach Norden ein. Und ihr wisst ganz genau, ich lege sofort ein Ei. Genau, da ist ich schon rausgekommen. In eurer Abend haben wir uns fast rausgenommen. Und das ist sofort, ich sehe schon Ikea. Ja, da höre ich doch lieber Tate von Svea. Oder Nidivea-Creme. Damit ich die Kälte aushalt, um rauszugehen. Und ihr Leute habe ich schon in Flugen geschwommen. Und das war ziemlich gut, ich bin nur abgekommen. Ja, Mann, wenn die Stimmung, die war ziemlich stark, ich war noch bald rum. Heute Abend geht auf jeden Fall, stehe ich im Wald rum. Ja, nicht ganz, denn ich stehe am Strand. Doch völlig egal, ich habe die Reime in der Hand. Bist du mein Kuchen neben mir? Wir legen dir hervor, jeder und gibt dir. Unsere Zeugen zum Besten, du kannst es nur mal auslisten. Denn du weißt ganz genau, wie spielen mit den Worten und Listen. Da kommt das nächste Wort, wo ist es denn jetzt? Ach genau, ich habe mich draufgesetzt. Okay, ich erkläre es, ich bin kein Baby. Aber diese Grüße gehen raus an Igen, Baby. Ja, und das ist die US-Peach-Q. Und heute Abend hört ihr uns zwei zu. Und es gibt viele nur guten Reime, sie fliegen. Du weißt ganz genau, davon kannst du auch mehr kriegen. Und das nächste Wort ist, yeah. Das habe ich gesehen. Dann kannst du mal locker hingehen. Wenn du ein gutes Bier trinken möchtest, dann weißt du ganz genau, dass du doch recht möchtest. Jetzt gehst du erst mal zum Bauern, neuer Brauhaus. Da haut ein Typ die geilste Brauerei raus. Das ist nämlich gut, das Bier schmeckt ziemlich gut. Und das ist auf jeden Fall alkoholfrei. Nein, stimmt gar nicht. Nein, das wird stören. Denn heute Abend, aber da wird gepflegte Truppen nicht geröhren. Da kommen solche angestunkenen Denken auf so, wie heißt das doch gleich? Jumiselle Abschied, die kommen da nicht rein. Die lässt man da draußen heil, die kommen da nicht rein. Die werden einfach vor die Tür gesetzt. Denn da wird gepflegt getrunken und zwar gleich uns jetzt. Aber egal, schenk dir das ein Bier. Heute Abend hier mit Improvisieren. Wir sagen nach die Fans und schreien, yeah. Das geht ab, wir wollen beide noch mehr. Deswegen kannst du jetzt noch ein bisschen schneller werden. Dann kann ich ein bisschen fließend machen. Und ich weiß ganz genau, wir lassen nichts jetzt krachen. Ich bin auch so dank gekommen, doch ihr ganzes kommt ganz so vor. Heute Abend gehen wir voll das vor. Okay, da ist der Bier. Ich krieg mich nicht ein. Danke schön. Ich danke schön. Ja, vielen Dank. So. Danke. Okay, da würde ich sagen, wir machen uns das mal andersrum. Ja, der Text ist nicht in meinem Kopf. Warte. Mach mal ein Beat. Mach mal ein Beat. Ich mach mal ein Beat? Okay, ich mach mal ein Beat. Ich versuch jetzt mal. Wie schnell willst du den? Entschuldigung. Oh, ladies and gentlemen. Oh, hey, you. We're ready for the real. Oh, 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 oh. Oh, oh. For the real. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Real Beatmaster. Oh, oh, oh. Oh, my God. Oh, ladies and gentlemen. Drink some beer. So, holen Sie sich das Fläser an. Und ich kann fließen wie ein Gewässer, verdammt. Denn ich kann das Rappen einfach. Und das Speedboxen ist einfach. Ja, sein Fachgebiet. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall noch mehr als Krach gibt. Zum Besten kannst du uns testen. Heute Abend gibt es auf jeden Fall im Westen. Von Mordenei. Gut, Wort Sport. Und ihr seid dabei. Wenn wir jetzt fortfuhren, fortführen, fortfahren wie ne Fähre. Heute Abend rei, kreist uns die Schere. Losigkeit auf jeden Fall hoch zum Mond. Wir sind wie Ebbe und Flut und das lohnt. Denn die zwei, die stehen hier in der Bar. Und machen gute Rennen klar. Wir sagen, ja, man, so kann das halt gehen. Weil wir beide auftreten mit diversen Themen. Die kann man sich dann nehmen. Die kann man sich mitnehmen. Und auch man sich nicht für diesen ganzen Tüt schämen. Nein, man, da kann man sagen, hey, das war geil. Das war progressiv. Das war avant-garde. Und ich sage nur, oh, girl. Wenn jemand treffen würde, sag ich nicht, bitch, Trisse. Sünde will ich feigen, sondern sage nur Interesse. Okay, hier, bei der Rapper, keine Küsse. Wächst gut und ich hab sie gepflanzt. Doch völlig egal, denn jetzt wird ihr getratzt. Denn ich kann tanzen und dabei noch reden. Denn heute Abend wird's auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehen die Gruppen. Bleiben zum Besten und ich weiß, das kann nicht gut. Deswegen steh ich hier neben Mr. Mark Thun. Ja, man, und ihr beide tun noch einiges. Und ihr weiß ganz genau, dass es uns nicht heilig ist. Wir zerstören Literatur zu Kultur. Machen auf jeden Fall Unkultur. Und die Tortur auf die Ehe. Sie wird abgecheckt. Und ich weiß, für die, für die, dem Lärm ist du, das Respekt. Check. Und ihr müsst das geben, denn ihr wisst ganz genau. Heute Abend kommen die Ramm raus. Hauen auf hier, wie bei der Braunschau. Heute ist die Showdown. Das war nicht spontan, das war geil.